Pillen für maximale Leistungsfähigkeit, Kaffee ist natürlich auch dabei. Wir sprechen heute in dieser Video-Podcast-Folge über Supplements und Nootropics. Ich will direkt vorweg sagen, ich selber bin kein Wissenschaftler. Ich stütze mich hier auf einen Neurowissenschaftler, den ich selber verfolge seit einigen Jahren. Nichtsdestotrotz ist das eine Folge, wo ich keine Empfehlung aussprechen will, sondern einfach subjektive Meinung von jemandem, der das Thema Nootropics und Supplements nicht aus der Sportlersicht, sondern vor allen Dingen so Leistungsfähigkeit, kognitive Verbesserung und so weiter sieht. Das heißt, ich habe keine Kooperation. Die Markennamen, ich will sie euch trotzdem zeigen, was ich selber nehme, sind aber nicht irgendwie in einer Partnerschaft oder so. Deshalb, ihr müsst hier nichts nachkaufen, solltet ihr auch nicht, sondern make your own research, schaut euch das Ganze an. Das ist eine Folge, die requested wurde, als ich meine Morning- und Abendroutine vorgestellt habe. Und ich will euch einfach einmal so komplett durchführen, wann nehme ich was ein, warum mache ich es und auch bei dem einen oder anderen Supplement vielleicht auch mal dazu sagen, dass es bei mir keine Wirkung hatte. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. An dieser Stelle eine ganz kleine Definition und zwar Supplements und Nootropics. Also Supplements kennt wahrscheinlich jeder, das sind im Endeffekt Nahrungsergänzungsmittel, muss ich nichts zu sagen. Aber das Thema Nootropics kommt vor allen Dingen aus dem amerikanischen Raum. Ich meine, der Begriff ist wie gesagt ja auch englisch. Und übersetzt kann man sagen, ja, Nootropikum, das sind im Endeffekt Pflanzenstoffe, die auch Nahrungsergänzungsmittel sind, aber vor allen Dingen auf diese mentale Leistungsfähigkeit gehen. Das ist so Thema Nootropics. Also meistens wird damit etwas betitelt, was dir hilft, besser zu denken, besser zu lernen, kreativer zu sein. Genau, fassen wir es mal darunter. Braucht man Supplements und Nootropics? Nein. Das möchte ich direkt vorweg sagen. Das Wichtigste ist überhaupt, eine gute Ernährung zu haben. Das ist die Basis. Und trotzdem will ich euch auch an dieser Stelle noch zwei andere Dinge mitgeben, neben der guten Ernährung, wie ich da rangehen würde, nämlich erstmal ein Blutbild. Wer das nicht macht, der braucht, finde ich, das ist meine eigene Meinung jetzt, der braucht nicht anfangen zu supplementieren, weil du halt gar nicht weißt, hast du überhaupt einen Mangel, hast du keinen, wenn du einen Mangel hast, wo hast du ihn? Ich denke da an ein Video von Coach Steph an der Stelle. Grüße gehen raus, Bro. Ich freue mich übrigens auf unsere gemeinsame Session. Wir nehmen nämlich wahrscheinlich auch mal ein Video jetzt zusammen auf. Er hat ein Video zum Thema Kreatin gemacht, dass er selber das nicht supplementiert, weil bei seinen Tests rauskam, dass er eine Überfunktion der Nieren, ich bin mir gerade nicht sicher, hat und deshalb sozusagen, dass für ihn sogar eher schädlich wäre. Also er produziert genug und es wäre nicht gut für ihn, das zu nehmen. Das heißt, bei allen Sachen macht ein Blutbild. Meins ist gerade mal ein Monat her, also ich mache das wirklich dreimal, viermal im Jahr und nicht nur Blutbild im Sinne von, ja, gucken, ob man irgendwelche Krankheiten hat, sondern wirklich mal die einzelnen Vitamine, B-Vitamine abchecken, bevor man eben in so eine Supplementierung reingeht. Das ist für mich Nummer eins. Das zweite ist, trackst du überhaupt Veränderungen? Weil ich zum Beispiel benutze ja nachts immer den Aura-Ring, weil mir halt Schlaf sehr wichtig ist. Ihr werdet gleich auch sehen, ich habe am meisten Supplements tatsächlich in meiner Abendroutine. Aber trotzdem musst du natürlich auch wissen, neben dem Gefühl, wie verbessern sich deine Werte? Also immer wieder neue Blutbilder machen und das Ganze dann auch wirklich tracken. Also so gehe ich zumindest ran. Ich finde, das ist das Fundament und danach kann man experimentieren. So, das einfach als Vorwort, als kleiner Disclaimer nochmal und jetzt gehen wir rein in das Thema Morgenroutine. Nochmal ganz kurz, wer die Podcast-Folge nicht gesehen oder gehört hat, übrigens bei dieser würde ich euch tatsächlich empfehlen, wahrscheinlich eher auf YouTube zu wechseln, auch wenn du es gerade bei iTunes, Spotify hörst. Ich zeige die Supplements auch, musst du aber natürlich auch nicht. Ich werde natürlich auch die Namen ganz genau vorlesen, hier und da vielleicht sogar buchstabieren. Also, ich habe eine Morgenroutine, die relativ einfach ist, weil ich gemerkt habe, wenn meine morgens irgendwie anderthalb oder zwei Stunden dauert, dann skippe ich die zu oft. Ich habe tendenziell eine längere Abendroutine, weil ich halt abends die Möglichkeit habe, mir mehr Zeit zu nehmen als morgens. Und ich glaube, da können wahrscheinlich viele Leute relaten, die morgens irgendwie zur Arbeit gehen und sagen, ey, ich kann jetzt nicht wie Mark Wahlberg irgendwie drei Stunden Morningroutine durchziehen, sondern ich stehe auf, mache mich fertig und muss los. Und darauf ist meine so ein bisschen auch ausgerichtet. Das heißt, ich stehe auf, es gibt kein Snooze. Also, ich gehe das jetzt einmal ganz kurz durch, damit ihr auch versteht, wann ich was nehme. Ich stehe morgens auf, es gibt kein Snooze. Es gibt meistens auch keinen Wecker. Das heißt, mein Rhythmus nach sechs bis sieben Stunden lässt mich aufwachen in einer leichten Schlafphase und dann bin ich am Start. Augen gehen auf und ich springe aus dem Bett. Jeden Tag habe ich mir angewöhnt. Einfach deshalb, weil wenn du zum Handy greifst, auf TikTok gehst, das ist wirklich richtig, richtig schlecht so zu starten. Die ersten 30 Minuten gehen in dein Unterbewusstsein. Das heißt, die willst du kontrolliert wahrnehmen und die willst du durchführen. So, wer morgens die ersten 30 Minuten zum Handy greift und sich vom Algorithmus leiten lässt oder in WhatsApp und erstmal für andere Leute da ist, der kann den Tag nicht mehr zu seiner Bitch machen, weil dann bist du die Bitch von dem Tag. Du lässt dich dann von Leuten steuern, vom Algorithmus, von Stress, von Nachrichten, Headlines und so weiter. Also, Flugmodus, spring aus dem Bett, aufstehen, ich gehe ins Bad, Zunge reinigen, Zähne putzen, Toilette, ein Liter Wasser und jetzt kommen wir zum ersten Supplement, nämlich morgens nehme ich Elektrolyte. Also eine Elektrolyt-Lösung, ich zeige euch das auch. Ich benutze dieses Produkt, das heißt LMT, Andrew Habermann. Ich gucke mir sehr viele seiner Videos an, er promotet das hier. Wie gesagt, gibt es viele verschiedene. Im Endeffekt, Elektrolyte sind dafür da. Das hat jetzt ja hier, was ich benutze, auch keinen Zucker, keine Füllstoffe, keine Farbstoffe und so weiter. Im Endeffekt drei Faktoren. Einmal Regulierung des Nervensystems für intakte Muskelfunktion. Das heißt, dass wirklich, ja hier ist zum Beispiel drin, ich kann es vorlesen, also 1000 Mg Sodium, 200 Mg Potassium und 60 Mg Magnesium. So, dass das Nervensystem funktioniert, dass die Signale im Körper im Endeffekt richtig durchgeführt werden können. Das Zweite, und das ist wahrscheinlich das, was die meisten von euch kennen, Wasserhaushalt. Das heißt, es ist so, dass diese Elektrolyte den Fluss des Wassers im Körper lenken und dafür sorgen, dass alles an die richtigen Stellen geht. Dass sozusagen die Teilchen immer wieder versuchen, gleichmäßige Konzentration zu erreichen, sodass wir funktionieren. Das ist außerdem eine Filterfunktion für die Niere, Abtransport von Schadstoffen und tendenziell auch, wenn man nachts geschwitzt hat, wenn man geschlafen hat, um wach zu werden, kann einem das gut helfen, Salze zu supplementieren. Ebenfalls, Punkt Nummer drei ist, dass einfach die Aufnahme von Flüssigkeit und Nahrung im dünnen Darm dadurch durch die Elektrolyte leichter fällt und der Körper es besser aufnehmen kann. Also das sind die drei Faktoren. Um es mal runterzubrechen, du kommst schneller in Gang, dein ganzes System fährt schneller hoch und gerade auch, wenn man Sport gemacht hat, nehme ich sogar manchmal noch ein zweites am Tag. Ist relativ günstig, nehme das jetzt seit einem Jahr und ich finde es sehr, sehr gut. Also ich spüre das. Wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, ich nehme das nicht, habe ich das Gefühl, mir fehlt was. So, das heißt, ein Liter Wasser, kommt das rein und dann gehe ich sofort raus. Ja, obwohl ich so ein Nerd bin und viel vor meinem Rechner hänge, gehe ich erstmal raus. Zehn Minuten Tageslicht. Ist super wichtig, damit der Organismus funktioniert, damit du wach wirst. Cortisolproduktion wird angeregt, was dich auch wieder wach macht. Gleichzeitig sorgt das aber auch für ein geregeltes Melatonin, was dann abends freigeschaltet wird. Also morgens diese zehn Minuten draußen, wirklich ohne Sonnenbrille, einfach in den Himmel mal gucken, Sonne konsumieren. Das mache ich nicht für Vitamin D an der Stelle, würde auch gar nicht ausreichen, sondern einfach wach werden, Organismus fährt hoch und so weiter. Noch besser wäre wahrscheinlich irgendwie Joggen. Schaffe ich nicht, bin ich auch ehrlich. Oder schaffe ich nicht, will ich nicht. Das ist wahrscheinlich besser. Würde mir irgendwie morgens zu viel Zeit kosten. Ich gehe zehn Minuten raus, bin einfach für mich durchatmen, Atemtechniken und so weiter. So, dann gehe ich rein und nehme zwei weitere Supplements. Das eine ist bei mir essentiell und zwar Vitamin C. Ich produziere dieses hier. Gehört übrigens, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, zu den wasserlöslichen Vitaminen. Viele Leute sagen, du musst Vitamin C mit Fett zu dir nehmen, mit irgendwie einem Öl oder so. Das stimmt aber nicht. Du kannst einfach Vitamin C so zu dir nehmen, trink dazu genug Wasser. Wie gesagt, ich trinke morgens eh einen Liter und habe das im Körper. Ich glaube, ich muss nicht viel zu sagen. Die meisten Leute haben einen Mangel, Immunsystem. Das Überschüssige kommt raus. Du kannst es sehr schwer eigentlich nur überdosieren. Und selbst wenn du eine gute Ernährung hast mit Zitrusfrüchten, Obst und so weiter, ist immer die Frage, was ist wirklich in diesem Obst und Gemüse, was wir konsumieren, noch drinnen. Deshalb, ich will das einfach so für meine Basis haben. Und das dritte Supplement, das ist jetzt sehr experimentell, sage ich gleich dazu. Wäre auch an dieser Stelle absolut keine Kaufempfehlung oder so. Das ist NMN. Das ist, genau, ich zeige es hier einmal in die Cam. Ich habe es relativ neu, wie gesagt, bei mir mit reingenommen. Das ist ein Vitamin B3-Derivat, das im Körper im Endeffekt dafür sorgt, ich versuche es mal runterzubrechen, dass der Alterungsprozess, ja, die Amis würden jetzt sagen, angehalten wird. Ich würde sagen, dass der verlangsamt. Es ist gleichzeitig aber auch gut für Haut, Nägel und so weiter. Und es kann Energie geben. Das Ding ist, in den USA ist es momentan von der FDC oder FDA ist es, glaube ich, nicht mehr freigelassen als Nahrungsergänzungsmittel. Weil es halt so eine Wirkung hat, dass es tendenziell als Medizin durchgehen muss. Bei uns kann man das kaufen, allerdings nicht für den Verzehr, sondern nur für Laborarbeiten. So, ich will das mal ausprobieren. Es gibt ja echt viele Videos drüber, müsst ihr euch mal selber angucken. NMN, wo Leute behaupten, ihre Haarfarbe kommt zurück, ihre Nägel sind irgendwie krasser. Und ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, aber ich will es einfach testen. Könnt mir gerne mal sagen, ob ihr da nochmal ein Update zu haben wollt. Aber momentan nehme ich morgens einen Teelöffel NMN. Andrew Habermann hat da gut zu beigetragen. Der hat das nämlich sehr hardcore gepusht. Und jetzt komme ich zum Letzten, was mir auch von vielen Leuten immer wieder empfohlen wurde. Und wo ich aber für mich gemerkt habe, dass ich es nicht mehr nehmen will, weil es bei mir zumindest irgendwie keine Wirkung hatte. Und das ist Tyrosin. Tyrosin, das ist eine nicht essentielle Aminosäure, braucht man für Schilddrüsenfunktion, aber auch, und dafür habe ich es im Endeffekt genommen, für Dopaminproduktion und für die Denkleistung. Und es gibt Leute, die behaupten, wenn man viel Tyrosin nimmt, dann hast du so leichtes Euphoriegefühl und du kommst schneller in Gang, du kannst besser denken. Also kognitive Funktion. Ich muss ehrlich sagen, bei mir hat das nicht funktioniert. Ich habe eher Kopfschmerzen davon gekriegt. Deshalb habe ich das aus meinem Stack rausgenommen. Aber das ist mein Morning Stack. Ein Liter Wasser, rein, duschen, dann an den Rechner. Also ich mache mich komplett fertig. Einfach so für den Mood. Ich will auch nicht irgendwie in dem Schlafanzug oder so vorm Rechner sitzen oder ungeduscht. Haare sind irgendwie fertig. Sondern ich mache mich komplett ready. So, wie wenn ich jetzt ein Meeting hier im Zoom habe oder mit euch jetzt hier gerade rede, könnte ich mit euch auch draußen reden. Und würde mich nicht irgendwie schämen, dass, weiß ich nicht, ich halte irgendwie Stinke, meine Haare nicht ready sind. Brauche ich einfach fürs Feeling. Manchmal ziehe ich sogar Schuhe an. Das ist auch immer gut so für den Stand. Also nicht solche Pantoffeln, sondern ich habe so Sportschuhe, die ich nur drinne trage, weil mir das auch so ein bisschen Stabilität gibt, Halt gibt. Das ist auch ein guter Trick, gerade wenn du so am Telefonieren bist, wenn du irgendwie Sales-Gespräche hast oder so, kann einem das helfen, sich einfach wohler zu fühlen, so ready zu fühlen. Und 90 Minuten danach trinke ich meinen ersten Kaffee. Habe ich auch schon mal erwähnt. Und warum? Einfach deshalb, weil ich will, dass das Cortisol, also das ist eigentlich ein Stresshormon, dass mein Körper wach ist und dann das Koffein kommt. Wenn du nämlich das Koffein vorher nimmst, dann geht das sozusagen in diesem Prozess, wo dein Körper hochfährt, unter und hat eigentlich keine Wirkung. Trotzdem hast du aber das Koffein konsumiert, wodurch deine Toleranz höher wird. Und du kannst dann am Nachmittag oft so einen Tief bekommen. Deshalb 90 Minuten erstmal diese ganze Routine durchziehen. Ich fange schon an zu arbeiten und dann die erste Break sozusagen ist immer der Doppelte hier. Was mich an der Stelle, ihr seht, ich habe es mal ganz kurz geswitcht im Background, zum Mittag bringt. Also ich mache intermittentes Fasten. Das heißt, sagen wir mal, es ist jetzt 14 Uhr. Das ist bei mir Mittag, weil ich meinen Rhythmus so ein bisschen verlegt habe, komme ich gleich noch in der Abendroutine zu. Es wird nur Kaffee konsumiert. Sagen wir mal 4 Espressi bis 14, 15 Uhr. 2 Liter Wasser, 2,5 Liter und nichts gegessen. So, jetzt kommt irgendwann so dieses Gefühl von, okay, ich will vielleicht. Das kann 15 Uhr sein, 16, ich bin da nicht festgelegt. Aber wenn ich Mittag esse, ich esse meistens Porridge mit Beeren, eigentlich immer das Gleiche, dann nehme ich zwei weitere Supplements, nehme ich einmal ich habe es hier von More Nutrition, gibt es aber von verschiedenen Marken, Essentials. Da ist im Endeffekt Omega-3, D3 und K2. So, ich will tendenziell das Vitamin D. Vitamin D kann aber nur aufgenommen werden mit Fett, deshalb Omega-3 dabei und kann nur aufgenommen werden mit K2. Deshalb finde ich diese Multiprodukte gut. Ich würde sonst, glaube ich, Omega-3 nicht unbedingt supplementieren, weil ich auch Lachs und sowas esse, aber ich finde dieses Kombiprodukt halt sinnvoll. Das nehme ich dann halt nach dem Essen direkt und Vitamin D, ich war bei meinem Arzt, wo ich das Blutbild gemacht habe, der hat zu mir gesagt, dass ich, obwohl ich das supplementiere, also ich nehme vier Stück, bin ich gerade so im grünen Bereich. Also im grünen Bereich, nicht nach den Werten, die angegeben werden, weil die sind sowieso alle viel zu tief angesetzt. Also wir brauchen viel mehr als das, was da meistens vorgegeben ist. Aber aus seiner Sicht bin ich gerade so im grünen Bereich. Das heißt, ich esse oft oder ich nehme oft davon sogar sechs Stück. Um einfach ein bisschen drüber zu kommen, es haben 90, 95 Prozent der Leute Vitamin D-Mangel. Auch die Sonne draußen, also viele sagen, ja, ich gehe dann an die Sonne. Damit du über die Sonne Vitamin D aufnimmst, muss die Sonne wirklich richtig knallen und du musst auch eine ganze Zeit draußen sein. Das heißt, jetzt, wenn es gerade so anfängt, irgendwie mal draußen 20 Grad, ein bisschen Sonne ist draußen, aber dann kommen schon wieder die Wolken, dann wirst du nicht über die Sonne und über die Haut sozusagen genug Vitamin D aufnehmen. So, wenn du einen Mangel hast, kann es sein, du kriegst Muskelschmerzen, Knochenschmerzen, du fühlst dich müde, schlapp, Immunsystem, also sehr, sehr viele verschiedene Probleme, die auftreten. Deshalb Vitamin D absolutes, für mich essential, wie der Name von More Nutrition schon sagt, um es wirklich zu supplementieren. Und das Zweite, das würde ich, wie gesagt, jetzt wieder an dieser Stelle keinem von euch empfehlen, ohne dass man den Bluttest gemacht hat, ist das hier, weil ich tatsächlich da einen Mangel habe. Das heißt, Quino mit Q10 Fluid und in meinem Blutbild, das ist jetzt nicht weiter schlimm, aber habe ich in der Zellregeneration irgendwie einen Mangel gehabt, was im Endeffekt bedeutet, ich habe viel Stress, ich erhole mich ein bisschen zu wenig und ich alter dadurch schneller. Und deshalb habe ich mir dieses, oder mein Arzt hat mir dieses Supplement verschrieben, Q10 Fluid, das ist einfach so ein, ja, da machen wir es so auf die Zunge und lässt es einfach so zergehen, fünf Tröpfchen, kann ich nicht sagen, ob das schon irgendwer springt, ich nehme das jetzt seit zwei Monaten, aber ich habe es mir auf jeden Fall geholt, weil er mir das empfohlen hat und meinte, hey, da hast du an der Stelle Mangel. Ansonsten mittags nichts, wie gesagt, Porridge, Beeren, nicht großartig, Fett oder so, auch wenig, also wie viel Porridge esse ich vielleicht irgendwie, fünf, sechs Löffel oder so, ich will gar nicht irgendwie so ein Völlegefühl haben, ich will auch nicht, dass die erste Mahlzeit direkt irgendwie bam, Schnitzel, Kartoffeln, weil dann werde ich nicht weiterarbeiten können und direkt danach nochmal wahrscheinlich meinen sechsten Espresso, das ist dann auch der letzte für den Tag und schön oder zum Essen selber wenig Wasser, da habe ich so meine eigene Philosophie, weil ich das irgendwie mag, wenn meine Magensäure nicht verdünnt wird und ich das Gefühl habe, ich verdaue dann schneller, das heißt, ich warte meistens 45 Minuten und dann trinke ich wieder aber locker einen Liter Wasser. das ist halt sozusagen mein Mittag, da mache ich dann wie gesagt auch oft eine Break, ich mache mehr Essen, gehe nochmal raus, frische Luft, bisschen Sonne tanken und dann kommen wir zum Letzten und das ist halt wie gesagt die größte Phase bei mir, nämlich die Abendroutine und jetzt, wer bei YouTube guckt, seht ihr im Hintergrund habe ich doch ein bisschen was ausgetauscht, denn wie vorher schon gesagt, das ist so die Phase, wo ich einfach auch für mich mehr Zeit habe, wo ich dementsprechend auch ein bisschen länger das Ganze gestalte und ich würde sagen, meine Abendroutine geht anderthalb bis zwei Stunden. Zwei Stunden deshalb, weil ich dann mein Licht zum Beispiel switche, ich kann es euch hier auch einmal zeigen, also das hier ist gerade weißes Licht und ich switche dann auf so ein gelbliches Licht, weil ich versuche einfach Weißlicht zu vermeiden, besser wäre sogar noch Rotlicht, aber ich fühle mich dann zumindest, wenn ich alleine bin, immer ein bisschen weird, aber das sorgt dafür, dass du halt die Melatoninproduktion sozusagen angekurbelt wird. So, das mache ich so zwei Stunden vorher. Die Supplements nehme ich 45 Minuten, bevor ich ins Bett gehe und dann im besten Fall, ich ziehe es selber nicht immer durch, bin ich auch ehrlich, kein Handy mehr, kein PC, kein Fernseher und einfach runterkommen, aber selbst, wenn es mal nicht so ist, kommen dann folgende Supplements. Ich fange mit dem an, was ich auch wieder aufgrund eines Mangels nehmen, nämlich Selen, das war bei mir im Blutbild, das für Immunsystem, Schilddrüsenfunktion, Zellschutz, Haare, Nägel und Sperma-Bildung. Okay, genau, da nehme ich eine Tablette abends, ist einfach besser, Minerale abends zu supplementieren für den Körper über Nacht und alle anderen, die jetzt kommen, sind tatsächlich für den besseren Schlaf. Wobei, eins nehme ich noch raus, das ist auch egal, wann man das nimmt und zwar Kreatin, hier so ein Kreatin, Kreatur-Produkt, nehme ich nicht nur für Muskelaufbau, daher kennen das wahrscheinlich die meisten, weil man, sondern Kreatin ist eine Kohlenstoff-Stickstoff-Verbindung, die im Körper auch hergestellt wird, die hilft Leber, Niere, dass da die Aminosäuren gebildet werden und genau, also Energiestoffwechsel, Skelettmuskulatur, das ist eigentlich, würde ich sagen, primäre Funktion, dadurch, dass sozusagen, oder es fördert die Muskelbildung, steigert halt auch die Muskelkraft, also kannst bestimmt so fünf Kilo mehr pumpen, weil im Endeffekt Wasser nicht, man sagt immer, es zieht Wasser, aber das ist glaube ich eigentlich falsch, sondern die Muskeln dehnen sich durch das Wasser auf, also es geht wirklich in den Muskeln, also du siehst nicht aufgeschwemmt durch Kreatin aus. Ich zum Beispiel, ich wiege jetzt irgendwie 85, 86 Kilo, ich habe mit Kreatin ein Kilo zugenommen. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie zehn Kilo zunimmt oder so, aber der Seed, das lagert Wasser in den Muskeln ein und dadurch sehen die ein bisschen praller aus und du kannst tendenziell auch ein bisschen mehr pumpen. Ich habe es aber vor allem angefangen, weil es, ich glaube, das ist sogar ein Leipziger, ein Leipziger Institut, es mittlerweile Studien gibt, dass es auch kognitiv was bringt, also Lernen, Gedächtnis, Stresstoleranz und so weiter, das will ich mal ausprobieren. Und dadurch, dass ich abends im Gym gehe und man sagt immer, man nimmt es vielleicht nach dem Training ein bisschen besser auf, habe ich das in meine Abendroutine mit rein. Also einfach so ein Scoop, zack, mit Wasser hinterher, Kreatin. So, das ist jetzt auch nicht für den Schlaf, aber für kognitive Sachen und Muskelaufbau. Und jetzt kommt der Schlafstack. Und der, wie gesagt, ist doch schon ein bisschen größer. Ich führe euch da auch einmal komplett durch und erkläre, was ist für was. Also, zwischen diesen beiden Produkten, das ist einmal Magnesium-Threonate, das wäre eigentlich mein Favorit. Oftmals kriegt man das nicht, Magnesium-Threonate. Dann gibt es dieses Bisglucinat. So, das kriegt man wohl öfters. Das hatte ich zuerst, dann habe ich das bekommen. Jetzt brauche ich beide parallel auf und nehme von beiden zwei. Also, ich nehme relativ viel davon. Was ist das Besondere an Magnesium-Threonate? Es kann, um es runterzubrechen, besser aufgenommen werden. Also Magnesium, diese Tabletten, die man sich in der Apotheke und so holt, schwierig. Es ist super wichtig, nicht nur für irgendwie Muskelkater oder dass man irgendwelche Krämpfe kriegt, sondern wirklich auch kognitive Funktionen im Alter. Das ist ein essentielles Mineral. Das hilft im Körper bei über 300 Prozessen und fast jeder hat einen Magnesiummangel, wenn man es nicht supplementiert. Wie gesagt, immer selber gucken, Blutbild machen und so weiter. Und es hilft auch oder viele Magnesiumpräparate, die es da draußen gibt, werden vom zentralen Nervensystem nicht aufgenommen, weil die Form einfach dieses billige Magnesium, das nimmt der Körper gar nicht so richtig an. Das ist jetzt eine, dieses Threonate ist eine Form, ist auch ein bisschen teurer, kostet zwei, drei Euro mehr, die aber vom Körper gut aufgenommen werden kann und die bildet sozusagen die Grundlage für das, was dann kommt. Ich nehme Epigenin, Apigenin heißt das. So, das ist das nächste Produkt und das ist ein bisschen konträr, wenn man sich das durchliest, also davon nehme ich tatsächlich auch zwei, aber das sorgt mit Theanin und das ist halt dieser Andrew Habermann-Stack, den ich auch mal getestet habe, das sorgt im Endeffekt dafür, dass du aufhörst, so Kopfkarussell zu haben. Also es fährt sozusagen ein bisschen diese Funktion runter, dass im Kopf die ganze Zeit Ideen und boah, ich muss das noch machen und das hilft dir so runterzukommen. Beides zusammen hilft dir runterzukommen, das würde ich sagen, spürt man so nach 30, 45 Minuten, dass du so ein bisschen ruhiger wärst. So, du sitzt auf der Couch und du hast nicht mehr dieses, boah, ich habe Termine und hier und da, sondern du fährst runter und gerade wenn du im Bett liegst, wir kennen das alle, wir haben irgendwie so Kopfkarussell und es kommt noch eine coole Idee, das verhindert das. Deshalb ganz wichtig, das würde ich auch echt nur abends nehmen, obwohl in dem einen auch Grüntierextrakt drin ist, was ja eigentlich belebt, aber das ist auf jeden Fall dieser besagte Stack. Das ist Threonate, Theanine und Epigenin. So, was hilft, runterzufahren und dann einfach besser schlafen zu können und womit ich ebenfalls experimentiere, ist L-Tryptophan. Das ist eine Vorstufe des Neurotransmitters Serotonin, kennen wir wahrscheinlich alle. Das hat Einfluss auf Stimmung, aber auch, ja, Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Tryptophan wird im Gehirn in dieses Glückshormon Serotonin umgewandelt und es macht gute Laune auf der einen Seite, aber eben auch schläfrig. Das heißt, wenn man mal einen Tag hat, wo man so das Gefühl hat, boah, mir wird gerade alles zu viel, dann kannst du auch mal tagsüber nehmen, aber das spüre ich viel krasser als diese ganzen Melatonin-Sprays und so weiter. Muss ich ehrlich sagen, habe ich ausprobiert, ich habe schon ein halbes Ding davon, aber Melatonin ist bei mir so, es muss vom Körper produziert werden, sonst spüre ich das irgendwie nicht und deshalb so L-Tryptophan, ich nehme eine, wie gesagt, manchmal sogar zwei, das wandelt das um, du gehst ins Bett, du hast gute Laune, was auch nochmal passt, wenn du vielleicht am Tag sowieso so ein bisschen Stress hattest und so weiter und das ist sozusagen mein Stack 45 Minuten bevor ich ins Bett gehe. So, ganz wichtig, um diese Folge sozusagen runterzubrechen, Abendroutine, alles, Abendroutine ist voll unter dem Stichwort Shutdown. Das heißt, wirklich, ich versuche meine Gedanken, ich versuche auch nicht mehr irgendwie ein Projekt anzufangen, wo ich weiß, das dauert irgendwie drei, vier Stunden, sondern ich will alles Shutdown und morgens eben genau das Gegenteil, ich will schnell auf Touren kommen, so raus, ich meine im besten Fall gehst du raus, joggen, sprintest morgens und dann hast du sozusagen genau dieses Konträre, diesen Rahmen von Go und den Rahmen von okay, jetzt ist aber over. Deshalb finde ich auch wichtig, für sich nicht nur am Desktop irgendwie einen Haken irgendwo zu machen, in irgendwelchen Dateien oder auf irgendeinem Flipchart, sondern auch im Kopf zu sagen, okay, der Tag heute ist vorbei und wenn ich das sage, dann fange ich an, das zu nehmen und dann gehe ich wirklich erst rüber, wenn ich müde bin, also in mein Schlafzimmer. Ich gehe nicht rüber, bin zwei Stunden Bett, chill da, schreibe noch ein bisschen, mache ich auch manchmal, aber die Tage, wo ich wirklich erholt bin, wo es mir gut geht, wo ich fit bin, sind die Tage, wo ich rübergehe Aura-Ring drauf, wie gesagt, kannst du alles nehmen, um zu messen. Ich habe eine Einschlafzeit von fünf Minuten und bin weg und dann stehe ich morgens auf, ich gucke und ich habe mir jetzt angewöhnt, wenn ich unter sechs Stunden gepennt habe, weil das kommt schon öfters mal vor, dass ich dann wach werde, gerade jetzt im Sommer irgendwie ist es heiß und die Sonne kommt schon irgendwie rein, aber wenn ich unter sechs Stunden zwinge ich mich nochmal weiter zu schlafen, weil ich einfach merke, dass ich nicht so kreativ bin, wie sonst. Und das im Endeffekt ist es. Also noch einmal zusammen, die ganzen Routinen, die Supplements, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, lasst gerne Feedback da, schreibt gerne unten drunter. Ich habe mir sowieso überlegt, für alle Leute, die auch gerade hier bei YouTube am Start sind, ich werde öfters mal so eine kleine Zusatzfolge machen, jetzt zum Beispiel nämlich, oder wenn ihr das hört, dann habe ich das gestern, mit dem lieben Steuerberater Jun eine Folge aufgenommen, zum Thema Versteuerung von Online-Geldverdien-Modellen. Also abonniert gerne den Kanal, lasst Feedback da, iTunes, Spotify, habt ihr die Funktion, auch mir Fragen zu stellen, die ich dann immer hier mit einbaue. Bei YouTube könnt ihr das natürlich einfach unter den Kommentaren machen. Ja, ich würde mich freuen, lasst gerne auch austauschen, was nehmt ihr für Supplements, was findet ihr gut, habt ihr selber Erfahrungen gemacht, bitte nur nicht irgendwie zu hart pitchen, also wer jetzt irgendwie Werbung für seine eigene Firma macht, fände ich ein bisschen unschön. und ansonsten blende ich euch auch nochmal einen anderen Podcast ein, checkt den gerne aus, den gerne aus und ansonsten hoffe ich, euer Kaffee ist jetzt auch leer. Kaffee Kaffee